Neu Thal, eine Gemeinde im Mittelburgenland, die mit der Zeit geht. Der Ort hat sich vom Kleinbauerndorf von einst zu einem modernen Technologiestandort mit Technologiezentrum bis hin zu der facettenreichen Tourismusgemeinde von heute entwickelt. 99,4 Prozent der Bevölkerung fühlen sich laut einer Umfrage in ihrer Heimatgemeinde wohl. So geht es auch den Gästen und das hat einen Grund. Die Gemeinde bietet einiges. Sie lässt zum Beispiel das Herz aller Sportfans höher schlagen. Für all jene, die es ruhiger angehen wollen, bietet sich der Materlweg oder auch die Minothek des Ortes an. Der naturnahe Stoberbach und der Baumlehrpfad laden vor allem die jungen Familien zum Erforschen und Begreifen ein. Auch kulturell hat der Ort einiges zu bieten. Das MUBA, das Museum für Baukultur, zeigt die Entwicklung des Ortes und des gesamten Burgenlandes anhand der Bauarbeiter sowie die Geschichte der für Neu Thal typischen Ofen- und Kaminbauer, die auch das Wappen von Neu Thal erzielen. Heute ist Neu Thal auch ein Tourismusort. Im Juli 2014 gelang Neu Thal ein weiterer, wichtiger Schritt in diese Richtung. Das MUBA-Landerlebnis-Ressort wurde eröffnet. Es liegt direkt am Radwegnetz R1 und am Reitwanderweg samt Reiterhof. Das Landerlebnis-Ressort bietet 150 Gästen Platz und lockt mit einem durchdachten Konzept. Auf das Thema Burgenlanddorf wurde auch architektonisch Rücksicht genommen, etwa mit dem Dorfplatz samt Arkadenhof. Außerdem gibt es einen großen Veranstaltungssaal, einen Streichelzoo, eine Kegelbahn, eine Winothek, eine Handwerkstatt oder natürlich ein Restaurant. Ein Kinderaktivbereich, der aus einem Indoor- und einem Outdoor-Spielbereich besteht, rundet das Angebot ab. Der Adventurepark im Herzen des Jufa-Landerlebnis-Ressorts und des Freibades macht das Thema Baustelle erlebbar und knüpft so thematisch an das MUBA, das Museum für Baukultur, an. Das Landerlebnis-Ressort wurde direkt im bestehenden Sport- und Freizeitangebotsbereich Neutals errichtet. So sind die Tennisplätze oder auch der beliebte Radweg in unmittelbarer Umgebung, ebenso wie die benachbarte Kletterhalle, die vor kurzem erweitert und ergänzt wurde. Auf Gäste und Einheimische in Neutal wartet auch das herrlich auf Terrassen angelegte Freibad. Das Waldbad Neutal, gefüllt mit Grandawasser, wird von der Sonne über die Solaranlage wohlig vorgewärmt und mit einer Photovoltaikanlage umweltfreundlich für höchste Wasserqualität umgewälzt. Das Bad wurde umfassend umgebaut, nun können Gäste nicht nur in Pavillons auf der Liegewiese relaxen, auch Kinder genießen das vergrößerte Angebot im Waldbad gerne. Nach wie vor lädt im Waldbad das Restaurant Ted mit Kulinarik zu einem Wohlfühlurlaub vor der Haustüre. Auch weitere Gastro- und Tourismusangebote laden zum Verweilen ein, etwa die Frühstückspension Ingrid und das Café Kado, das Café Töpferstüberl Thies oder etwa das Tabuki an der Hauptstraße. Also klar, warum sich Einheimische und Touristen in Neutal gleichermaßen wohlfühlen. Neutal, eine vielseitige Gemeinde, die Geschichte, Technologie und Tourismus gekonnt verbindet. Neutal! 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 Untertitelung des ZDF, 2020